Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2. Ja, in der letzten Folge ein bisschen Schaden genommen, aber wir sind auch wieder gut verheilt, denke ich mal. Was wir in dieser Folge machen, ich bin nicht direkt wieder in der Valentine. Ich werde jetzt ein bisschen die Story weitermachen, deswegen laufen wir halt die nächsten paar Folgen mit dieser Frisur rum. Ist jetzt halt nur mal so... Oh hey... Ich denke, damit kann man gut leben. Wir haben ja eh den Hut drauf, da fällt es noch nicht so hoch auf. Vielleicht bei den Cutscenes aber... Ist auch mal interessant, ihn mit langen Haaren zu sehen, finde ich. So... Ähm... Wie können wir uns jetzt die Zeit hinab vertreiben? Wir könnten ja mal ein bisschen... Weil ich könnte ja mal ein bisschen was erzählen. Ähm... Problem ist, ich weiß noch nie, was ich erzählen soll. Aber... Ah... 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 Japaner Stern ist ziemlich schwer. Könnt ihr euch mitteilen? Was... Was... Was mache ich denn noch für uns zu? Was? Ach, Mike, auch schon wieder. Okay. After the forest is stealing the horses for them, why are we doing this? Because we need to stay in with them. And they're paying. So what kind of security they want? We're about to find out. Now come on. This thing legit to you, Bill? Sure. Dodge said we was to keep on dealing with them until we find this gold. Can we trust them? Can we trust anyone? Yeah. Let's just see what they say. I said there was some big misunderstanding about them horses. What? Why did they board in their fields? They don't know we had anything to do with that. Oh, that's so. Yeah. They think it was the Braithwights. Listen, I know these great boys fit now. No, no, no. Ehhhhhhhhh. Yeah, exactly. Get in. I can't move. I can't move. Yeah, come on. They were saying the Catherine Braithwights. Ehhhhhhhhh. It's sick. This doesn't feel right. Now it doesn't feel right. I could have told you. Oh. 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 Get down. Au. That's not done. If it takes me. After some. In thoseات. There's a chain. Everything is dangerous. No one, do've got to act this bali. Kiota. Daddy could have killed him. I did that decent. He had to invest him even more. When they came up to the Breach a while Gria. That's no idea when he pushed himself. I've seen his opponent as much earlier. що how can make this video as he is? Ah, ganz ehrlich. Wo ist er hier? Tschüss. Tschüss. Oh, she ist weg. Oh, sie ist weg. Oh. Ohhhhhhhhhh Tschüss Awa Tschüss Ja, he's a boot Bye That's a boot Of course Oh Express motor Tschüss Ohhhhhhh Ohhhhhhh Oh Sie 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 Ja, aber wir haben einen Verletzten, wir haben einen Toten Ich wollte ihn mitnehmen. Können wir doch nicht einfach so mitten auf der Straße liegen lassen. Frechheit. Oh. Herr Posse, die Greys rund um! Wir hätten uns mit diesen Sons von B****n schneller oder später Es ist einfach so, dass sie schneller sind! Siehst du das? Die cowards sind weg. Es sieht wie die meisten von ihnen. Nicht alle von ihnen. Sheriff Grey. Und was für Bill? Wo ist er denn? Wir finden ihn später. Komm schon! Sheriff Grey! You need to get a hold on this town. It's going to hell. So. Two big thugs from God knows where. We don't know what you've been doing. Come out, Sheriff. It's over. It's over. We put down far worse than you. A hundred times over. This is the Grey's town. Always has been. Always will be. Okay. Only Grey's I see left around here. Is you. You want us to come out? Where come at? Oh Bill. Guns on the ground now. Bothy. Don't. Do it. You know we can't do that. You put the gun down, Sheriff. I'll blow his brains out. Okay. You want to join your little friend here? Do you? Either way. You're a dead man. Morgan? Oh man. He was a good kid. Well how the hell was I to know? Let me see. They set us up once before. They didn't like us. We destroyed their farm. Should I go on? Oh easy on him, Morgan. He was out trying to find a lead. Same as you. Same as Hosea. All you do is complain when things don't work out. Except when it's your goddamn fault. You don't know what you're talking about. You don't give a damn about nobody but yourself. Oh you act so high and mighty. But you're no better than the rest of us. I've ridden with you boys close on what? Six months now? And all you ever done was complain. You can fight. But you can't think. You can't do either. Okay cowpoke. Bill. Take the boys' body. Hurry him. Proper someplace. Quiet. Micah. Best you and I don't speak for a moment. Haha. I'm just so frightened by you. Get out of my sight. A pair of fools. Okay. Who's like an annoying little brother to me. Okay. What fun we had riding together. What a goddamn mess we're making of things. Okay. Root is up pretty good. We are just so beautiful. We got nice that they're being just beautiful. Uh. Two and a half. Two and a half. Um. Three and a half. Ich weiß, dass du Angst hast. Arthur, hast du gesehen, Jack gesehen? Wo ist mein sohn? Wo ist er? Wo ist mein sohn? Sie haben ihn, nicht? Sie haben ihn, mein sohn! Wer hat ihn? Wir denken, dass die Braithwaite Frau hat ihn. Aber Kieran sah ein paar Freunde, die Braithwaite-Geräusche sahen. Wo ist mein sohn? Wenn ich... Wo ist mein sohn, Dutch Van der Leyen? Wir finden ihn, ihn hervorheben. Und wir töten einen Fögel, der den Hügel hat, um einen Hügel an den Hügel auf den Hügel zu bemerken. Abigail, du hast meine Worten. Ich komme zurück, mein sohn! Ich komme zurück, also ich werde, Gott. Jetzt! Dutch! We just heard about Jack. You need some extra guns? Ja, why not? Micah, Kieran, anyone strange turns up, you kill him! Rest of you, let's ride! Ja, let's ride! Jetzt müsste eigentlich die Ghost Rider Musik kommen. Oh, die haben sich mit den falschen Lechner gelegt. Ja, we just got shot to hell by the Greys in town. I know, I heard about Sean too. I don't wanna even think about that right now. We have to focus on Jack. Uh, he's going back. I think he's going back. Uh, I think he's going back. I'll kill everyone there. Easy, John. Try to stay calm. I'm fine. How the hell did they get to him? I don't know, but we are getting him back and they will pay. I promise you that. What about the gold? Who gives a damn about the gold? They got Jack. I hate to break it to you, but I don't think there is any gold. If there is, it's hidden somewhere no one knows. What? I've turned every stone. Christ's sake, Hosea. After all that, another perfect scale. We underestimated them. No, they underestimated us. Enough talk. There is no point arguing how we got here. This is where we are. And we are going to fix it. So come on. Well, the reparation has always worked very well. We need to move on. Okay. Get your heads right. Nobody makes a move. Not at all. No, I'm tired. I can't say nothing. I can't say nothing, I can't say nothing. So, he's not ready. Wir sind jetzt hier neben der Lachbet. Wir sind hier. Wir werden das jetzt machen. Sie wissen, dass wir kommen. Komm, wir machen das. John, du bist du, dass du okay bist? Wie gesagt, ich bin gut. Wie ich meine Vorstellung. Die Böse-Böse-Böse-Böse-Böse-Böse-Böse-Böse-Böse-Böse-Böse-Böse-Böse-Böse-Böse-Böse? Ich glaube nicht. Wie geht er zuhões fuesen? Wie wird ihr denn da? Ich habe mich jetzt mal wieder gewonnen. Und jetzt machte sie einen hohen Mann zu wenig. Warum landet er dann zur Verfügung? enteils партisch. Oh, mein Pferd ist der einzige Pferd. Okay, 12 Balkon, 3 und 2. Minusens 2 Balkon, 3. Wie gehe ich davon aus? Okay, da sind noch mal ein paar Leute. Das ist wirklich eine schöne Schießerei. Dann lass mich den Arthur fangen durch. Ich bin der Schlüssel. Oh Okay Oh Okay, and John has to stay down or something? It's his turn It's door covered Oh, we're looking Oh I can't see it Alright, we'll see I'll get better Oh Ohhhhhhh Du kommst mir nicht Dann brechen wir sie auf 1, 2, 3 Ohhhhhhh Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Okay Wo ist das denn? Wer hat ihn? Wer hat ihn? Oh, und ich werde sicherlich töten die resten, ohne dass du zu sprechen Oh, ich weiß dein Zeitpunkt Common scum Wo ist das denn? Wo ist das denn? Du schweig Du schweig Okay Wir holen sie raus Was ist das denn? Ah 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 Das ist schon irgendwie krass Das ist schon irgendwie krass Oh, 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 oh. Oh, put me down! You starved junkie! Oh, 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 oh. I never liked you. Why'd you take the boy, Mrs. Braithwaite? You stole my liquor. Boys are off limits. You stole my horses. Ain't no rules in war, mister. Matthews. Yes. Yes, that's it. Where's the boy? My sons gave him to Angelo Bronte. So my guess is Saint Denis. Either there or on my boat to Italy. Let's go. Arthur, come on. What are we doing with her? Leave her. I told you she was crazy. Okay, I would say that's all about the Braithwaite. The Grey's are away, the Braithwaite are away. going to work out, John. It's going to work out. Listen to Dutch. Ich hoffe, dass du das nicht verstehst, aber ich habe nie mehr stolz von dir, als ich jetzt bin, Bruder. Du machst das richtig was. Wenn ich nicht diesen Mann zurückkehren will, um, sie, sie wird uns alle töten. Ich weiß, aber, wenn du das logisch gesehen hast, dieser Mann ist gut. Sie haben ihn geholfen, um uns zu schrauben. Niemand nimmt einen Mann, um ihn zu schrauben. Er ist richtig, John. Was denkst du, Arthur? Der Mann wird gut. Aber, natürlich, Marston hat Angst. Wir töten alle diese Leute. Wir haben alle diese Probleme gemacht. Für nichts. Nein, nein. Nicht für nichts. Für leben. Wir bekommen diesen Mann zurück. Und wir gehen. Vertraue mir. Hey, Dutch! Wir haben ein Problem. Nicht ein Problem. Besucher. Eine Lösung. Guten Tag, schöne Leute. Es ist der Wanderlinde. Mr. Matthews, ich glaube. Wer bist du? Ripp Van Winkle. Huh. Guten Tag, Herr. Agent Milton. Pinkerton Detektiv Agency. Agent Ross. Ah, Mr. Morgan. Ich weiß nicht. Schön, dass du wiedersehen kannst. Und zu dem was wir das Wanderlinde? Agent Moron? Ich weiß nicht, ob du dich bist. Aber das ist... Das ist ein Land civilisiertes. Wir haben nicht alle diese Mannschaften, nur um die Leute zu tun, um die Leute zu tun, um die Leute zu tun, wie die Menschheit zu tun. Und die Decente basierende wurden verletzt, oder noch nicht inventiert. Das Ding? Das ist fertig. Das Ort. Das ist ein Land. 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 Und in Liebe mit der Greene. Er hat sich vergessen. Und nur einen Appetiten gefunden. Und als eine Konsequenz, das lässt dich nehmen, was du möchtest, töten, wer du möchtest und schäu den Rest von uns? Wer hat dich den Messias zu diesen Verlusten Geist, die du so schrecklich verletzt hast? Ich bin nichts, aber ein Seeker, Herr Melting. Du bist nicht mehr als ein Mörder, Herr Van der Linde. Aber ich bin, um ein Verlust zu machen. Es ist Zeit. Du kommst mit mir, und ich gebe dir die resten drei Tage, um rauszuhren, wegzuhren und gehen und leben wie menschliche Menschen in einem anderen Ort. Du kommst für mich? Riesst du Leben und Leben in diesem Damm von low-liften und murderern, damit sie leben können und lieben können? Das ist nicht gut. Ich will nicht alle diese Leute, Duttsch, nur du. In diesem Fall, es wird meine Ehre. um dich zu befreundet. Entschuldigung, Freunde. Ich habe eine Beobachtung mit... Ich denke, dein neues Freund sollte jetzt weg, Duttsch. Du machst einen großen Fehler, alle von dir. Ja, schrecklich. Wir haben etwas, etwas, was wir leben und sterben. Wie schrecklich für uns. Mr. Milton, stopp, folgern uns. Wir werden so gut gehen. Aber er hat die Angebote. Und wenn ich zurückgehe, werde ich mit 50 Männer. Würde nicht reichen. All of you will die. Ruhst weg von diesem Ort, ihr Folle. Ruhst weg von diesem Ort, ihr Folle. Ruhst weg von mir, komm, 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 komm. Ruhst weg von mir, boi. Was jetzt? Wir sind weg von hier. Und schnell. Any ideas? Ich weiß ein großer alten Haus. In den Swampen, außer Sandinett. Ich bin sicher, dass sie uns in der Zeit finden. Aber es sollte uns ein paar Tage kaufen. Ein paar Tage? Das ist alles, was wir brauchen. Es ist ein Spot von Shady Bell. Ach, die Mundscheine-Brenner. Ach, die Mundscheine-Brenner. Heute nach Shady Bell. Das will ich jetzt gerne machen. Aber unsere Zeit ist leider rum. Okay, wir hätten zwei Minuten noch, aber... ...es reicht nicht. Locker nicht, um zu kommen. Deswegen würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir eine Pause, einen kleinen Cut, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.